Hi, mein Name ist Tobias Beck. Ich bin internationaler Speaker und Spiegel-Bestseller-Autor und stolz, hier bei Shoutout dabei zu sein. Manchmal braucht es einen kleinen Kick in den Allerwertesten als Motivationsspritze oder auch ein nettes Wort, wenn es jemandem nicht so gut geht, um wirklich wieder in die Spur zu kommen. Und das ist tatsächlich mein größtes Lebensziel, so viele Menschen wie irgendwie möglich erfolgreich zu machen, ihnen zu zeigen, dass es eine bunte Welt voller Konfetti gibt und deshalb bin ich hier so gerne dabei. Wenn du mich buchst, geht ein Teil dessen, was hier generiert wird, selbstverständlich an einen guten Zweck, in meinem Fall an die Kindernothilfe. Und ich freue mich, für dich einen Shoutout machen zu können, egal ob zum Geburtstag, zu Weihnachten, als Genesungswunsch oder um jemanden mal richtig schön wieder in die Spur zu stellen. Alles Liebe, Tschüss, der Tobi.